Ariach Ariach war die erste evangelische Pfarrgemeinde in Kärnten. Das im neugotischen Stil als Vier-Evangelisten-Kirche errichtete Gotteshaus dominiert heute das Ortsbild von Ariach. Ariach. Die rund 1500 Einwohner zählende Landgemeinde liegt im sogenannten Gegendtal, im geografischen Mittelpunkt von Kärnten. Anstelle des Bethauses, das 1783 errichtet wurde, hat der engagierte Pfarrer Josef Winkler die Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Er selbst war auch Superintendent von Wien. So war Ariach zugleich Amtssitz der Superintendentur Wien. Der große Kirchenraum bietet 650 Personen Platz. Die evangelische Kirche von Ariach verfügt über ein fünfstimmiges Geläute.